Unsere Nummer 14, Livaldonna Diese dunkelbraune Stute, geboren im Jahr 2019, sie ist 1,64 Meter im Stockmaß gemessen. Sie stammt ab von Livaldon, Don Primus, Ezevio I. Aus der Zucht von Mike und Dieter Stuhlemmer wird sie ausgestellt vom Gestüt Elchhof aus Kalbala. Livaldonna überzeugt durch eine solide Basis-Ausbildung, die den Grundstock für ihre weitere Förderung bildet. Besonders sitzbequem zeichnen sie ihre höchsten Richtigkeitswerte aus. Aus ihrer Mutterstamm kommt das ehemalige Pferdner Auktionspferd Windigo von Wynton, der mit Stephanie Schatz-Weiermüller erfolgreich in S3-Sterne-Dressoren ist. Ladies and Gentlemen, Lot No. 14, Livaldonna This Dark Bay Mare ist born in 2019. Sie ist 16,5 Hands High. Sie ist bei Livaldonna, Don Primus, Ezevio I. Livaldonna convinces mit einer solid Basis-Trainung, die 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 Foundation für ihre Weiterentwicklung erfolgt. Sie ist besonders comfortable zu sitzen und hat die höchste Rideability-Score. Von der Damme-Line kommt die former Fett und Auction-Horse Windigo von Wynton, who ist successful in advanced 3-star competitions, with Stephanie Schatz-Weiermüller. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020